Lang ist sehr, doch jetzt bin ich wieder da. Oh ja, die zockt LP. Ich habe hier sehr lange Zeit nichts aufgenommen. Das kam daher, dass da mein Handy kaputt ging und meine PS. Darum konnte ich nichts aufnehmen. Ja. Aber jetzt spielen wir wieder mal Minecraft, die Pocket Edition auf Android. Ja, das wäre dann die Staffel 3, glaube ich. Und ja, hoffentlich geht die mal ein bisschen länger, weil die restlichen sind alle so etwa, ja, 10, 20, 10, 13 Folgen ging die erste Staffel. Die zweite ging nur zwei, nein, ein paar Folgen. Ja, und jetzt die dritte. Hoffentlich geht die ein bisschen länger. Ich starte einfach mal die Welt, neue Welt erschaffen. Ähm, wo? Äh, eine Leitung. Ähm, Startwert geben wir keine, nein. Ja, dann starte ich einfach mal. So, jetzt sind wir auch schon in der Welt. Und ich würde sagen, ich schlachte erstmal das Schwein. Oder machen wir jetzt mal ein Holzschwert. Ähm, Ja. Ähm, und das ist heute die erste Aufnahmesession. Ich werde ein paar Folgen im Voraus aufnehmen. So, drei, vier gleichem Stück. Und die alle jeden Tag mindestens eine, äh, Dings, äh, Ah, rausbringen. So heißt das. So, Spitzhacken. Holen wir uns gleich mal ein bisschen Stein. So, Oh, Oh. Ah. Ähm. Jetzt ist das auch mal ein bisschen grösser. Ah. Machen wir so. Da. So, so. Wie wird das nicht immer ewiges, wenn ich einen Block abbaue. Ähm, die meisten Folgen gehen so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Also, vor einer normalen Folgenlänge aufzuspringen. Äh. Ha. Jetzt vorerst spielen wir mal noch ohne Mods, weil ich bringe das irgendwie nicht gebacken, dass das Spiel stürzt immer ab, wenn ich dann starte. Die Mods gehen, aber es laggt auch ein bisschen. Ich muss da noch schauen. Jedenfalls, wenn ich erstmal noch so einfach so spielen, normal, äh, dann machen wir ein Steinschwert und schlachten die Kuh. Oh. Zack. Eine. Zwei. Das Schaf schlachten wir auch gleich. So, ein Hit. Ähm, so. Da hat es gleich noch so. Da haben wir noch ein Schwein. Zack. Ah. Komm her. So. Ähm, es tut mir sehr leid, dass dieses Zeichen hier, dass ich gerade kreise und hier unten, unten rechts im Eck immer steht Recording by MobiSyn. Das kann ich leider nicht wegmachen, das tut mir leid, weil irgendwie geht das alte Programm, das ich benutzt habe, geht nicht irgendwie, also ich finde es nicht auf Google Play, dann greife ich halt zu der Alternative zurück, das wäre eben MobiSyn. Ja, aber ich habe, ich benutze, ich benutzte eben niemals das, weil früher konnte ich nicht irgendwie mit diesem Programm umgehen, weil es irgendwie die Aufnahme danach laggy war. Und jetzt bei den zwei Testaufnahmen, die ich gemacht habe, ging es eigentlich sehr gut, ja, hm. Drum nehme ich jetzt vorher erst mal das. Und ich glaube, wir haben unsere, ich glaube, ich habe meine meine Workbench schon verloren, hätte mich schon verlaufen. Äh, kann man die sensitiv auch ein bisschen runterdrehen. dann würde ich sagen, sammeln wir ein bisschen Holz. Hier. Äh, machen wir uns mal, nein, machen wir uns nicht. eine Spitzhacke. Äh, so, zwei Spitzhacken. Dann kommt hier die Spitzhacke. Spitzhacken. So. Sammeln sie erst noch ein bisschen Holz, damit wir uns auch, ja, Holz haben. Ähm, die Axt tue ich dann hier ran. So. Suchen wir uns mal einen Wald. Hier, haben wir einen Wald. Ich weiss nicht, ob die Soundeinstellungen jetzt zu leise oder zu laut sind. Also, ich wäre froh, wenn ich, also ich höre sie dann. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen nachhelfen. Ja. Hm. Was ihr mal mir noch in die Kommis schreiben könnt, ob ihr noch irgendein Spiel habt, das ich jetzt playen sollte, was auf Android ist. Ich bin ja sehr froh, wenn ihr mir das mal schreiben würdet, dann kann ich mal schauen, ob es machbar wäre. Wie lange das Let's Play hier geht, weiss ich nicht. Wenn nichts dazwischen kommt, das ist ein Alpha-Baum, den will ich nicht abbauen. Ähm, dann, eigentlich sehr lange habe ich geplant, schon ein paar Folgen. Ähm, wie genau, kann ich euch auch nicht sagen, das weiss ich selber nicht. Jedenfalls, äh, werden wir jetzt mal uns einen schönen Spot suchen, wo wir unser Haus bauen. Warum sprintet er nicht? Oh. Ja, Hunger habe ich. Sonnenblumen. Ich würde sagen, da bei dem Berg wäre ein guter Ort. Hm. Da müssen wir einfach noch ein bisschen terraformen, aber, ja, hier ist ein guter Platz. Dann nehmen wir Crafting the Table, craften wir ein Bett. So. Ofen. Äh. Ah. So. dann Holz. So, so. Kisten. Durch das mal alles hier rein. So. Nehmen wir mir die Hälfte raus. Ja. Und machen wir uns ein bisschen Holzkohle. Ähm. Ja. Jetzt ziehe ich die Zeit nicht mehr. Ah. Was soll ich das hin tun? Ich kann es auch hier platzieren. Nein, geht gar nicht. Geht nur am Rand. Ich lasse es mal hier. So. Ähm. Dann nehme ich den Holzblock raus und tue hier ein bisschen Kohle rein. Dann brennt es schön. Hier hat er noch ein Schwein. Dann machen wir uns auch mal nachher noch was zu essen. Den Baum vielleicht gleich. Oh, ein Apfel. So. Ah. Oh. Äh. So. So. Machen wir mal das Hammelfleisch. Ähm. Hm. Zwei Sonnenblumen. Sollte das sein oder ist das ein Glitch? Oder ein Bug? Naja, ich weiss es auch noch. Äh. Fressen wir mal das Hammelfleisch. Nimm, 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 nimm. Ähm. Dann würde ich sagen, gehen wir nachher gleich noch in eine Höhle und zusammen noch was. Dann ist auch schon die erste Folge dann rum. Dann noch Apfel. So. Zack, zack, zack. Zack. Und das Holz behalte ich mal. die kann hier rein. So. Da hat mir noch das. Ah. Ähm. Können wir schon schlafen? Ich weiss nicht. Und zwei Tickets. Ähm, ja. So, hole ich mir noch die Schafe da hinten, schlachte ich die Brutale ab, so, das hole ich auch noch, zack, so, haben wir schon ein bisschen essen, damit wir gleich verhungern. Ähm, ja, das kommt rein, das auch, das, 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 machen wir noch ein bisschen Fackeln, ein paar, so, legen wir die, hin, die Axt dann da, nein, ah, so, 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 dann schlafen wir noch ein Ründchen, dann würde ich die Folge auch mal beenden. Ähm, danke fürs Zusehen, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Minecraft Folge, diese hier, die ihr jetzt seht, wenn ich die aufnehme, kommt die auch am gleichen Tag raus, die nächste, die ich auch nehme morgen und die, ja, nehmen wir so weiter. Ja, danke fürs Zusehen und man sieht's ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.